Der mitfühlende Schachspieler Ein junger Mann kam aus einer angesehenen Familie mit mehr Geld, als ihm gut tat. Nachdem er alle Lüste ausgekostet hatte und alles, was ihm sein Geld ermöglichen konnte, gekauft hatte, war er enttäuscht vom Leben. Nun war er zwar verwöhnt und faul, aber ein Dummkopf war er nicht. Und so erkannte er, dass er im Kreislauf des Leidens gefangen war. Alles ödete ihn an und er wusste keinen Ausweg. Nur eine Idee hatte er. Wenn er nun in ein Kloster ginge, vielleicht würde er dort einen weisen Meister finden, der ihm den rechten Weg wies. Also ging er eines Morgens los, alle seine Güter hinter sich lassend, und klopfte an die Klostertür. Mann tat ihm auf und hieß ihn willkommen. Noch am selben Abend ließ ihn der Abt zu sich kommen und fragte ihn nach dem Grund, der ihn in das Kloster geführt hatte. Ach, Herr würdiger Abt, ich bin ein Nichtsnutz, vom Leben enttäuscht. Das habe ich eingesehen. Ich suche nach einem Weg, meinem Dasein einen Sinn zu geben. Aber ich habe keine Begabung und keine Geduld. Gibt es überhaupt Hoffnung für mich? Der Abt sah den jungen Mann eine Weile schweigend an, dann nickte er. Ja, die gibt es, wenn du es ernst meinst. Oh ja, noch nie habe ich etwas so ernst gemeint. Nun, gibt es denn irgendetwas, was dich jemals wirklich interessiert hat? Traurig schüttelte der Jüngling den Kopf. Doch dann fiel ihm etwas ein und er sagte zögernd, Eigentlich nicht oder zumindest nichts, was zählt, aber ich habe viel Zeit mit dem Schachspiel verbracht. Gut, sagte der Abt, dann wirst du Schach spielen. Er läutete ein Glöckchen und sogleich kam ein Novize herein. Geh und bring Bruder Noma zu mir und sag ihm, er soll sein Schachbrett mitbringen. Der Novize verneigte sich und eilte davon. Kurz darauf trat ein Mönch ein, der ein schön geschnitztes Schachbrett und Figuren mit sich brachte. Der Meister begrüßte ihn und hieß ihn sich setzen. Dann öffnete er einen Schrank und holte ein Schwert heraus, das er vor sich legte. Bruder Noma, du wirst mit diesem jungen Mann Schach spielen. Wenn du verlierst, verlierst du auch dein Leben, denn ich werde dir den Kopf abschlagen, weil du das Kloster beschämt hast. Gewinnst du aber, werde ich diesem jungen Kerl den Kopf abschlagen, denn er sagt, er könne nichts als Schach zu spielen. Kann er aber nicht einmal das, mag er wohl sterben. Bruder Noma nickte nur. Der junge Mann aber zuckte zusammen, denn er sah dem Meister an, dass er in vollem Ernst gesprochen hatte. Das Spiel begann. Bald schon war der junge Mann schweißgebadet, aber er hatte sich schon in Vorteil gesetzt. Er sah seinen Gegner an. Dieser war ganz ruhig und konzentriert. Sein Gesicht war fein und klug, und man sah ihm an, dass er sich aufrichtig um Weisheit bemühte. Da erkannte der junge Mann stärker als je zuvor die Wertlosigkeit seines bisherigen Lebens, insbesondere wenn er sich mit diesem Mönch verglich. Sein Herz füllte sich mit Mitgefühl, und er begann absichtlich Fehler zu machen. Er konnte nicht auch noch den Tod dieses Mannes verantworten. Er zog die Dame so, dass er sie verlor und nun das Spiel kaum noch gewinnen konnte. Da stieß der Abt das Schachbrett um und lachte. Heute hast du Konzentration und Mitgefühl gelernt. Bleibe noch eine Weile, und du wirst sicherlich Befreiung erlangen. Und so geschah es. Der junge Schachspieler blieb im Kloster, und nach vielen Jahren wurde er schließlich selbst Abt. Der Erste, der von deinem Mitgefühl profitiert, bist du selbst. Jedes Mal, wenn du anderen hilfst, hilfst du dadurch auch dir selbst. Jedes Mal, wenn du anderen deine Nähe schenkst, kommst du dir dadurch auch selber näher. Und jedes Mal, wenn du gütig zu anderen bist, bist du auch gütig zu dir selbst. Anderen zu helfen, Familienmitglieder zu unterstützen, Freunde zu trösten oder Fremden unsere Hilfe anzubieten, erfüllt uns mit Freude und Energie. Wenn wir uns nicht selbst sabotieren, indem wir über unseren Gewinn dabei, über Gegenleistungen und unsere unbezahlte Arbeit nachgruebeln. Wann immer wir unsere Liebe verschenken, verlassen wir den Bettler-Modus. Wir verlassen eine Sichtweise, von der aus wir bedürftig sind und um die Anerkennung und Zuneigung anderer betteln müssen. Es ist nicht die Aufgabe anderer Menschen, uns zu lieben. Wenn sie es tun, ist das natürlich toll und gut für sie. Wenn nicht, sollte das aber auch okay für uns sein. Wir selbst hingegen haben immer die Möglichkeit, mitfühlend zu sein. Wir haben etwas zu verschenken, unabhängig davon, ob wir dafür etwas zurückbekommen oder nicht. Oder wie Goethe es seine Filine in Wilhelm Meisters Lehrjahre sagen lässt, wenn ich dich lieb habe, was geht's dich an? Empathie, Freundschaft und Mitgefühl wirken heilend. Herzenswärme fühlt sich nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst schön warm an. Liebend erleben wir Selbstwirksamkeit. Anderen unsere liebevolle Achtsamkeit zu schenken, fühlt sich einfach wunderbar an und verleiht unserem Leben neuen Sinn. Darum ist Altruismus genau genommen auch die edelste Form des Egoismus. Psychologische Studien untermauern das. Mitfühlende Menschen leiden signifikant seltener an Depressionen und anderen seelischen Erkrankungen. Konkurrenzdenken und ein radikaler Materialismus entsprechen einfach nicht unserer wahren Natur und machen uns auf Dauer krank. Im Gegensatz dazu erhöhen Zusammenarbeit, Gemeinschaft und die Fähigkeit im Freundes-, Familien- und Kollegenkreis füreinander da zu sein, unser Glück und die Lebenszufriedenheit deutlich. Unser Herz pumpt nicht nur Blut durch unseren Körper, sondern es ist ein intelligentes Organ. Es kann Signale in alle Bereiche unseres Körpers schicken und beeinflusst unser Gehirn. Neurologen haben das genau untersucht und dabei erstaunt festgestellt, dass das Herz sogar wesentlich mehr Signale ans Gehirn sendet als umgekehrt. Das Nervengeflecht um unser Herz beeinflusst unser Denken und nur wenn Herz und Geist harmonisch zusammenwirken, können wir Mitgefühl für uns selbst und andere entwickeln. Herz und Geist in Einklang zu bringen, ist nicht besonders schwer. Die einfachste Möglichkeit dazu besteht darin, dass wir uns regelmäßig für ein paar Minuten aufrecht hinsetzen, unseren Atem und unser Denken zur Ruhe kommen lassen und uns selbst und allen anderen Wesen gedanklich unser Mitgefühl schenken. Das Ganze nennt sich dann Meditation oder genauer Herzmeditation beziehungsweise Metameditation. Falls es dir möglich ist, täglich wenigstens einige Minuten lang zu meditieren, dann ist das das Beste, was du für dich tun kannst. Und Hand aufs Herz, was sind schon ein paar Minuten Stille in den vielen Stunden der Hektik, die der Tag uns beschert. Zeitlich gesehen sicher sehr wenig, aber spirituell gesehen doch sehr viel. Neurowissenschaftler konnten beweisen, dass sich unser Gehirn durch Meditation tatsächlich verändert. Das hatte man lange für unmöglich gehalten. Doch es ist ungefähr so, wie du deine Muskeln durch Trainingsreize zum Wachsen bringen kannst. Durch Meditation kannst du dein Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes dazu bringen, über sich selbst hinaus zu wachsen. Neuroplastizität nennt man dieses Phänomen, bei dem die Gehirnzellen, die Neuronen in unserem Gehirn neue Netzwerke bilden. Durch Meditation und positive Vorstellungen in Form von inneren Bildern und aufbauenden Worten erschaffen wir neue Verknüpfungen im Gehirn, die unsere Empfänglichkeit für Glück, Zufriedenheit und Geborgenheit erhöhen. Höhen